Im kleinen Glitterstorff laufen ganz viele Geschenke mit. Die Kita-Gruppe guckt, dass jeder was Süßes kriegt. Das klappt natürlich beim Umzug mit immer. Was erartig, es geht kaum schlimmer. Zum Clip kommen noch ganz viele die Schmeiße. 40 Gruppe sind es dieses Jahr, die das Publikum mitreißen. 8000 Besucher, das sind jede Menge Leute. Die Spaß haben an der richtig große Beut. Aber scheiß drauf, man ist nur einmal da. Oh ne, oh ne, das Leben ist doch unverlangt. Alles ganz echte. Echter Löwenpelz, selbst erlegt. Aber nicht jedes Tier wollte mit uns forzen. Zurück zum Umzug von der Phasetanze. Die eine schwinge die Hufe. Die andere schlau ein Rad. Die Polizei versteht doch nämlich gar keinen Spaß. Selbst am Umzug ruft er Gast. Mittag. Snap. Nichts. Vielen Dank.